so gut leute wo man schon hier so und wie ihr seht wir sind jetzt in der kristall liga mit rados level 5 schon ziemlich geil und aus irgendeinem grund schmiert gerade mein kletcher flanz die ganze zeit ab yay so bohr und ja auf jeden fall wollte ich euch nochmal kurz zeigen ja guck hier kristall und so ich bin der höchste in meinem clan obwohl ich das niedrigste level bin und niedrigste ich glaube ja das niedrigste radhaus und ja ich wollte ich nur kurz zeigen dass es jetzt viel schwerer ist irgendwelche hier gescheiten gegner zu finden ich weiß nicht david sieht ziemlich eklig aus also ich gehe mal schwer davon aus dass ich verliere aber ich mache es trotzdem einfach so weil ich hoffe dass ich trotzdem gewinnen kann und ja hoffen wir mal dass wir gewinnen auch scheiße hat er noch ein volles dings und nein 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 das wird echt jedes das wird schwer komm schon bitte ich hasse es auch das ist manchmal so eklig jetzt hier vor allem wenn die ein volles dings haben wie heißt es army camp wo ich habe es noch geschafft ist okay okay auf jeden fall ist es echt ziemlich schwer wenn die so einfach so eine krasse verteidigung hier trotzdem noch an dem radhaus haben auch wenn es draußen steht dann ist es schon ganz stück schwerer irgendwie das radhaus zu klatschen als einfach nur keine ahnung vier truppen zu droppen die dann alles kaputt machen aber wir haben es geschafft zum glück und aber auch ganz gut wir haben auch ganz gut punkte gemacht würde ich sagen ja lässt sich schon sehen oder ja okay ich weiß nicht ob ich noch weitere clash of clans videos bringe weil es jetzt sehr lange noch dauern wird bis ich irgendwie weiterkomme da es jetzt auch so schwer ist für mich irgendwie trophäen zu kriegen weil wie gesagt ich muss viel länger suchen um dann was zu finden und ja mal gucken ich werde auf jeden fall erstmal alles maximieren was geht und ja sagen bis dahin haut rein schaut euch hier noch ein paar andere videos von mir an und ja bis zum nächsten mal tschüss